Gemeinsame Antworten auf gemeinsame Herausforderungen. Diese Grundidee der Europäischen Union ist in der aktuellen Corona, aber vor allem der Klimakrise, aktueller denn je. Mit dem Europäischen Wiederaufbaufonds sichern wir nicht nur solidarisch Arbeitsplätze, sondern es ist auch ein grüner Aufbauplan. In Österreich investieren wir fast die Hälfte aller Mittel direkt in den Klimaschutz für emissionsfreie Busse, klimafitte Ortskerne oder den Erhalt der Artenvielfalt. Dieses historische Paket des Europäischen Wiederaufbaufonds soll auch Vorbild sein für den Prozess Zukunft Europa, bei dem aufgrund der Grünen-Initiative Bürgerinnen zentral mitgestalten werden können. Damit bauen wir ein starkes, ein solidarisches und ein grüneres Europa. ... ...